Herzlich willkommen meine Lieben zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilen-Revue. Grüß euch. Servus Martin, alles klar bei dir? Ja, bei dir auch. Ja. Gehen wir es an. War wieder ein geiler Macher. Super. Es ist jetzt die ganze Zeit über diesen Mauerfall geredet, oder? Ich glaube es gibt eigentlich nur mehr das Thema. Es gibt nur mehr das. Also ich glaube Wahlkampfe sind, oder? Ich glaube. Da war irgendwas. Aber das kommt irgendwie noch eins, oder? Ja. Aber da habe ich einen Leserbrief in der Hälfte gelesen, der für mich das irgendwie ganz geschmeidig zusammenfasst. Olympische Disziplinen. Während Fettmädchen treten und hinter Fazigkeit olympisch, hätten unsere Regierungspolitiker Goldmedaillen in ihren Amtsstuben hinter der Mauer hängen. Wahrscheinlich im Einzel- und in der Landschaft. Und der Staffel. Genau. Die Mauer. Da hast du ja auch noch was gefunden, gell? Naja. Ich meine, du weißt das wahrscheinlich eh. Aber die Mauergeschichte, die reden zwar tagelang, aber bisher ist relativ wenig darüber geredet worden. In der Zwischenkriegszeit gab es dort schon einmal eine Mauer vom Bundeskanzleramt. Allerdings die jetzige Regierung macht das ja wieder noch halbherzig, weil damals haben sie auch noch Panzer da vorgestellt. Wenn sie Terror schützen wollen, ist ein Panzer das Mindeste. Ja schon. Oder, da gab es ja die andere Idee, diese Löcher, weil die Mauer steht ja noch nicht, die könnte man ja mit Wasser vollfüllen und Krokodil da reinschmeißen. Das war sogar umweltfreundlich. Und die Grünen waren dafür. Ja. Und es war ein natürliches Reservoir, um diese armen bedrohten Tiere. Naja, aber eine zweite Nachricht gab es schon, oder? Okay. Wann doch nicht, was in Oberösterreich? Du kommst ja von dort zur Tür. Ja, ich will gar nicht drüber reden, weil diese Amerikanisierung, die geht mir echt schon richtig zum Sack. Haben sie jetzt auch einen McDonalds in Oberösterreich gebaut, oder was meinen? Nein, ich hab gehört, da gibt es sogar schon mehrere. Okay. Und diese Starbucks gibt es auch, wenn es ist, gell? Soll ich sie nicht. Also Oberösterreich ist schon... Gell? Aber was ich zum Beispiel nicht vertragen kann, ist dieser Wohntrend. Wenn es sich jetzt wirklich mit Waffenschränken... Und Panikraum vielleicht auch gleich? Das hab ich noch nicht mitgelegt, aber Waffenschränke, so ein 16-Jähriger, hat den Waffenschrank von ihrem Bruder... Also das heißt, der Bruder hat schon einen Waffenschrank. Ich will gar nicht wissen, was der Vater hat, ja? Aber einen Waffenschrank, und dann verschießt jetzt irgendein Freund oder eine Fremde von mir. Mit der Puffen. Brutal. Voll amerikanisch. Wahnsinn. Das war eigentlich wieder eine starke Leistung von der Heute, weil als Qualitätszeitung bringen die die Geschichten auch länger, und was ich besonders gut finde bei einer Qualitätszeitung, wenn die auch schon ahnt, was passieren wird. Okay. In der letzten Woche war ja das mit der Air Berlin, die ja so im Trudeln ist und die nur gerettet werden kann, wenn genug Leute... mit der Serviceline. Richtig. Brillant. Naja, und in der Woche, also am 12. haben sie ja schon gehabt, große Überschrift in der Heute, Air Berlin, Kunden sind die Blöden, diese abgesackten Flügel und alles drum und dran. Und da hoffen ja schon Tausende an. Also es ist noch nicht klar. Vielleicht wird sie noch gerettet. Und wie haben wir es zuerst gelesen? In der Halter? Natürlich. Ja wo sonst? Also das finde ich eine schöne Nachricht. Das finde ich eine wirklich schöne Nachricht, weil ich meine, Kirchen hat ja immer kleine Probleme und so, und gefahren den Fahrer. Sind ja schnell einmal im Verruf. Und da sind wir ja schnell bei einem Thema. Ich finde den Fahrer gut. Ja, was hat er gemacht? Er ist nicht wegen Kinderbelästigung in der Zeitung. Das ist ein Fortschritt. Er tut Leichenflegern. Er nimmt einen Atomen im Behindertenausweis weg, damit er gratis und über den Park kommt. Ist immer innovativ. Ja. Es ist von Gott geleitet sozusagen. Genau. Und ich meine, hey, sie haben eh nicht geklaut. Sind wir ehrlich. Naja, und wenn es dann das Leben nach dem Tod gabst. Aber im Himmel haben wir alle Flügel, da braucht es keinen Parkplatz mehr. Da hast du natürlich recht. Die Heute bringt ja viele Bereiche, auch Religionsmeldungen und... Wie zuerst da, genau. Wir haben doch einen Dienstag gehabt. Genau. Der Pfarrer. Und diesmal, der Papst hat etwas erkannt, und wir wissen ja, der Papst ist unfildbar, und er sagt... Das ist der Chef. Das ist der Chef. Papst nennt Menschen dumm. Damit ist er innovativ, oder? Ob er innovativ ist oder nicht, ist eigentlich unbedeutend, er hat einfach recht. Er ist die Letztinstanz. Fast. Die irdische Letztinstanz. Die irdische Letztinstanz. Also wir sind dumm. Wir sind dumm, und er sagt auch warum. Weil wir den Klimawandel leugnen. Und wenn man nicht leugnet, ist man nicht dumm. Wahrscheinlich. Ich glaube, der Klimawandel ist die Hölle auf Erden. Selbstgemacht, den machen wir selber, oder? Mhm. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht dumm. Was mit dir? Es hilft dir eh nix, es gibt noch Ehren. Wenn genug andere dumm sind, hilft dir das gar nix. Aber hauptsächlich, ich bin nicht dumm. Okay, du bist nicht dumm. Du auch nicht, oder? Du glaubst auch an den Klimawandel. Ich glaube auch an den Klimawandel. Also sind wir nicht dumm? Nein, wir sind nicht dumm. Apropos dumm. Ja? Apropos dumm. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt? Wir stammen ja vom Affen ab. Richtig. Und der beste Beweis ist die Geschichte, Affentheater und Selfie hat ein Ende. Und seien wir uns ehrlich, wenn man sich den hübschen Burschen anschaut, Instagram ist voll davor, oder? Oli grinsen sich so einig. Und der Auf kommt ist auch. Deswegen wissen wir, dass wir Oli vom Affen abstammen. Instagram ist der Beweis dafür. Wir sind schon ein bisschen ironisch manchmal, ja? Nein! Also ich zumindest, du nicht. Du bist ein seriöser Mensch. Ich versuch's zumindest. Du bist ein journalistischer Mensch. Ich bin ja der... Waja, mit dem zwielichtigen Beruf. Aber es macht wahnsinnig Spaß mit dir. Oh danke. Muss ich das schon mal sagen. Ja, mit dir auch. Wir ergänzen uns wirklich sehr gut. Nein, wir kürzen uns jetzt nicht, oder? Nein, aber wir könnten über Nachrichten reden. Also ja, passt, das machen wir eigentlich. Genau. Und zwar Politik. Ja? Wichtig. Ich glaub sogar Außenpolitik. Außenpolitik. Und die ist in einer Zeitung, die nur in Wien und Niederösterreich erscheint. Und? Und wo? Noch dazu, die außenpolitisch Erklärungen abgeben kann. Ja. Die heute ist nämlich... Aber man muss ein bisschen charmant immer sagen. Sie ist ein Qualitätsmedium. Und in dem Fall haut sich echt voll rein. Ohne mit erobernem Zeigefinger. Ohne Zeigefinger. Ohne Übertreibung. Ohne Ausrufezeichen. Ohne Smilies. Ohne irgendwelchen... Sondern wirklich nur Facts, Baby. Facts. Und zwar... Pegida macht Moschee aus Wiener Karlskirche. Okay? Da gibt's bis jetzt diese Silhouette. Und die Pegida, das ist so eine deutsche, rechte Geschichte. Politisch und so. Und die meinen natürlich, wie in der Moschee und so, mit der Mannswerbung. Stimmt nicht, Bursche. Stimmt nicht. Und die Heute, die weiß das. Und die Heute weiß, dass das die Karlskirche ist. Und sie schreibt, und das ist sogar einfach, und das ist nicht reißerisch, das ist korrekt, das ist unaufgeregt, das hat's. So ist heute geht's Jourvanismus. Danke heute. Super gemacht. Wirklich. Und dann haben wir noch eins. Da waren wir ja schon in Wien mit dem Ding. Lieber Michi. Papa Wien. Genau. Scheife. Seit gefühlter Ewigkeit. So 170, 150, 125, 17. Wie lange ist es wirklich? Ich glaube 24 Jahre. 24 Jahre. Und du schaust kein Tag Geld aus. Nein, das ist jetzt übertrieben. War das übertrieben? Das war übertrieben. Aber er hat sich gut gehalten. Er hat sich gut gehalten. Also mein Happy Birthdays am 68. Genießt die letzten Wochen, Monate im Amt und Würden und haut gescheit rein. Ja. Und zu dem Anlass, gerade wie heute, wir machen das jetzt schon ein paar Wochen, und haben schon einige heute jetzt intensiv gelesen, wir sind ja nicht nur so, wir bladeln durch und... Nein, nein. Wir schauen das konkret an. Wir analysieren uns. Genau. Und wie ich diese Seite gesehen habe, da hast du... Alter. Da passt das nicht. Das ist ungewöhnlich. Das ist 80% der Seite, ist nur dir gewidmet. Lieber Michi. Da brauchst du von Endstation bis Endstation, bis du das gelesen hast. Mit der U3 aber, gell? Genau. Nicht mit der alten U2. Ja, genau. Sondern mit der richtig langen U3. Das war echt lang. Da waren sie richtig... Spalten, spalten, spalten. Das hat sich ausgezahlt. Wahnsinn. Also wirklich. Michi, du bist der Wahnsinn. Ich mein, sehr klar. Nicht umsonst, das war so lang, Burgermeister. Aber ein kurzer Ausschnitt. Ich hab echt was angepust. Ich hab das auch in einem öffentlichen Raum gelesen, und hab so lachen müssen. Die Leute haben nur nicht geschaut, runter und runter. Es war Wahnsinn. Und zwar die Heute fragt dich, sie feiern ihren Geburtstag auf der Tribüne, weil heute am Donnerstag ist es Fußballspiel geworden. Du hast gesagt, du gehst da hin. Und dann deine Antwort, nicht nur, schon auch mit Familie, Freunden, Mitarbeitern. Am Nachmittag spielt eine Blasmusiktapelle für mich im Hof, im Rathaus neben mir an. Und die heute fragt, klar fragt man das, ja. Was spielt sie? Der nennt dort Blasmusik. Ich sag dir ganz offen, wenn der kein Politiker war, der hätte er als Katharist überlebt. Ja voll gern. Die Blasmusikkapelle spielt für mich. Und wo spielt sie? Blasmusik. Briljant. Nochmal alles gerade zum Geburtstag. Super. Lass es krachen. Ja. Martin, und was ist mit der Freitagsausgabe? Was soll mit der Freitagsausgabe sein? Ich hab... Sie natürlich nicht. Freitagsausgabe. Und was ist das da? Glaubst du, dass ich es übertrieben hab? Ich glaub, das ist ein bisschen. Ich wollt auch mal, ich mein... Es kann aber keiner mehr behaupten, dass wir keine Freitagsausgaben haben. Richtig. Aber die lösen wir jetzt nicht, oder? Nein. Okay. Passt. Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Baba.